Ich hab mal wieder Zonenpech des Todes. Ich bin in der Zone. Lüft da jetzt völlig gut aus? Ich hab gerade gut. Ich hab da ja gut. Ja, ich? Ich hab jetzt verstanden. Vielleicht glaubt das Platz auf jeden Fall. Ich glaub gar nicht hier. Ich hab keine Gegend. Ich hab das Motorrad, aber das war nicht nur, dass es nicht gepfanzelt. Aber das ist eigentlich auch nicht gepfanzelt, aber du hast da ein bisschen Schütze. Du willst nicht auf die Straße. Da fehlt ein Weg eingeblendet hier. Das ist ein Kaffee. Der Ufer bauen direkt von ein paar Gegner nach. Ja, das ist halt der. Hau dir weg. Ach komm mal, bist du nicht. Ich bin nicht verloren. Werden alle tot blicken. Aus dem Auto. Ich weiß sogar. Soll ich? Ich weiß. Nee, er wurde nicht. Oh mein Gott, Alter. Nix. 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 KeinOR B sentimeter. Nix. Nix. Aber auf Ahmedrich. Kommen. Ja, ich bin jetzt direkt vor hier, ich stelle mich jetzt hier einfach ins Gebüsch. Krag raus. Mal schauen, wenn ich sterbe, dann sterbe ich, ist mir auch egal. Ich glaube auch nicht, dass die überhaupt jemand gesehen hat. Doch, da oben ist jemand. Ja, da läuft jemand zur Kiste hin. Der hat gerade seine UMP oder was der da hat. Er kämmt aber auch die Kiste ab, der will da auch nicht hinlaufen. Mhm, ich würde ihn. Ja, ich sehe ihn leider nicht. Genau da sind Bäume dazwischen. Also, es gibt einen guten Trick. Ich dir mal vor, du stehst direkt vor einem Baum, da ist ein Typ. Und du hast ihn angeschlossen, der beißt den Ritzen, wo der Schuss kommt. Dann schieß einfach mal so ein bisschen links rum, also die ganze Zeit, damit er denkt, dass du von links kommst, so wie er siehst, so wie er siehst so, dass du von rechts auf ihn schießen kannst. Ich hab den jetzt dreimal mit dem Krag getroffen. Ich wollte schon sagen, irgendwann muss der ja auch mal sterben. Ist gut. Vor allem, das ist so ein Idiot. Er hat sich, er wollte sich verstecken hinter der Kiste. Er hat sich genau dahinter versteckt, damit ich ihn schön in den Rücken holzen kann. Genau die falsche Seite ausgesucht. Oh man. Ein Genius. Jetzt ist die Verlockung natürlich groß, dass ich da hinlaufe. Ach scheiß drauf. Ich hab sowieso nichts zu verlieren. Ich hab meine zwei Kills in dieser Runde gemacht. Ich hab keinen Platz. Sagt das der mir irgendeine Rucksackstufe 2? Der hat eine Sanitasche, kann ich aber alles nicht nehmen. Achtfach Zoom aber. Egal, ob er überhaupt eine Stimme hat. Ach so, nee, das war nicht sein Trick, das war hier drinnen. Haha. Nee, weil ich hab auf seine Kiste geschaut. Aber... Mach einfach irgendeine Tau auf. Du musst nicht F drücken bei der Kiste. Einfach irgendeine Tau aufmachen. Der Typ, der hat den Ghillie. Der Typ hat den verfickt nochmal einen Ghillie. Wo hat der denn den bitte her? Ja. Wtf. Ich hab jetzt einfach einen Ghillie. Jetzt ohne Scherz. Der Testcamp. Ja, achtfach Zoom auf den Kark. Leider keine Verbesserungen drin oder so. Nein. Ich muss nur in die Zone. Ich wusste nicht mal, dass es sowas hier in dem Spiel gibt. Ja. Jetzt weiß ich's. Ist noch. Ja, ist schon hart. Jetzt bräuchte man nur noch eine Position, die irgendwie... ... im Punkt ist. Na, da kriegst du schon mal hin. Da hätt grad irgendjemand mit nem Silencer geschossen. Sieht so dumm aus. Ein Ghillie und dann Stufe 3er-Helm. Ein Ghillie und dann Stufe 3er-Helm. Durch das Visier... ... kann man den nicht mehr ernst nehmen. Das Spiel kann man allgemein schlecht ernst nehmen. Ja, das stimmt schon. Alter, Vater. Das 8-fach Scope, das ist ja total kacke irgendwie. Ich komm da drauf nicht klar. Ach, das Schnell. Ich weiß nicht, was man doch vergessen könnte in dem Spiel, wenn man auch grad so nachdenkt. Oh, ja. Nein, das Einsteigen. Holy moly. Mac-a-rody. Ich hätt gern... ... zwei Keys für ein- und aussteigen. Oh ja. Dann wär's ganz gut und schon größer. Kann ich F-Spammen, um einzuschränken und G um rauszukommen? Ja. Ich hab halt keine Ahnung, wie weit ich bei einem Kark vorziehen muss. Oh, der war One-Shot. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wenn du eine VSS hast... Gott, das Ding hat ganz schnell, auf einer ganz kurzen Distanz schon einen richtig harten Bullet-Drop. Fällig gestern gemerkt. Normale Distanz, damit man hier einfach im normalen Set benutzen kannst, ohne solche Markierungen da drunter benutzen zu müssen. Wie funktioniert? Ich muss richtig hochziehen. Das wird krank. Na ja, ich bin überhaupt kurz weg. Bist du weg? Kurz weg. Ach so. Damit... Ich glaub, jetzt nehm ich echt besser vierfach zu. Ja, ja. Schatz, 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 schatz. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das war drin. Ich hab'n Ghillie. Aber wo hast'n den gepackt? In ner Box. Ach, in ner Luftbox, oder? Ja. Als ob du den Ghillie-Anzug bekommst. Vier Kills hab' ich jetzt schon in der Runde. Sieben sind aber noch am Leben. Sagt, dass der irgendwas dabei hatte zum Heilen? Der hatte gar nix zum Heilen dabei. Ne gescheite Weste? Ne, Stufe 1. Ist das wenigstens auf nem Feldschuss? Nein. Wir sind schon so close quarter. Endkampf. Aber der hat mich echt nicht gesehen. Der ist in nem Haus. Weil in nem Haus. Hat direkt auf mich geschaut. Ist aber einfach weitergelaufen. Das Problem ist, da sind jetzt Häuser auch. In der Endzone. Kannst mit nem Ghillie halt nicht viel machen. Aber es sind noch 6 Leute am Leben. Wo sollen denn die 6 Leute denn bitte sein? Durch Eis kann's dir geil aussehen. Durch Eis kann's dir geil aussehen. Ich weiß genau wo einer liegt. Aber wegen diesem blöden Gras sehe ich ihn nicht. 5 sind noch am Leben. Oh Gott. 2 ist noch amonte gedrosit worden. 1. 5. auf resist. 4 5 co Alter. analyse ein gilly ein typ mit dem gilly liegt in dem busch ironie Nein. Hä? Wie viele Leben noch? Drei. Das Dumme ist, einer weiß nicht, wo er ist. Den anderen sehe ich halt nicht. Oh Mann, da ist er. Was ist der denn? Wenn du den Bereich sehen könntest. Ich weiß, wo er ist. Dann werde ich ihn. Ich habe gewonnen, habe gewonnen, habe gewonnen. Sechs Kills, sechs Kills. Ich habe gewonnen. Vielen Dank.